Das ist ja voll gut. Aber da kann man ja nicht... So voll das Lampenfieber. Ich meine, ich denke auch nicht. Natürlich denken die das, aber das denken die ja eh immer. Aber ist das ganz okay? Ist das jetzt okay, dass wir das hier machen? Klar, es ist ja nur ein Vitamin. Hier, das Pupikum. Extra Eintritt bezahlt hier. Die vom Restaurant wollen ja denken. Wir sitzen hier im Restaurant und kämen uns spritzen. Und die ganze Zeit die Treppe kommt. Ja, kann ich ruhig machen. Ich kann nicht hinschauen. Aber jetzt mache ich normalerweise. Zieht man jetzt erst. Zieht man ein bisschen. Und sieht, dass kein Blut kommt. Genau. Dann hat man nämlich kein Blutgefäß getroffen. Und? Okay. Das ist meistens der Fall. Dass es einfach ein bisschen drückt. Wenn du letztes Mal gar nichts gespürt hast, war das schon optimal. Der hat es sehr gut gemacht. Super. Ja. Sag mal, die Tasche mit die Treppe kommt. Da ist die Maschurin. Hashtag Spritzenparty. Ja. too. Das ist die Puffis zwischen dir. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Am Spiel? Ja. Gehen wir morgen auf den Mountain? Oder gehen wir morgen? Just smashing it. Ja. Ich warte nur noch auf das Mossaman Curry, dann smasche ich noch ein bisschen rein. Ich warte noch auf das Mossaman Curry. Was geht dann? Dann wird weiter gesmischt. Es ist ihr erstes Mal. Erstes Mal. Und alle gucken zurück. Sehr intim. Aber sie ist noch voll geschenkt. Das ist die Publikum. Das ist die Publikum. Vitamin B12 shots in der Restaurant. Imagine was die Restaurantstelle. Ja, ich habe sie gesagt. Ich habe sie gesagt, es ist eine Vitamin. Und sie sagte, für Beauty. Ich sagte, für Null. Das ist eine kleineどorte. Das ist eine kleine Dich. Ich habe sie gesagt, dass sie sich dann kommt. Katze, dann tütscht.... Ich muss sie dazu beraten. Ich muss das jetzt sagen. Ja. Das war ganz Nachrichten. Alles gut. Ja, das geht's nicht. War easy, oder? Easy Peasy. Warum filmen Sie mich an? Weil du schön bist. Ich steh auf deine Fresse. Genau solche Kommentare. Ach nein, Siri! Du bist die härteste Körse. Machst du Axt in Axt? Er lacht sich einfach Schrott. Einmal geübt, weißt du, der kann das jetzt sein. Genau, er hat es vorher übrigens noch nie gemacht. Tschüss! Tschüss! Ich betreue ihm ja schon, aber... Der J-Kopf hat diese Nahrung. Sag schonmal Tschüss. Ich kann auch noch... Der einzige, der schreit, ist der Mann. Scheine, dass mein Akku leer ist. Ich schaff's drauf. Oh, geht. Du hast es gleich geschafft. Gleich. Endspurt. Echt jetzt? Ja, das kann ich ja auch. Manchmal... Es variiert von manchmal, aber es tut nie weh. Pilzenparty. Das tut nie weh. Ich debriere. Such die Party. Ja. Boah, da such die Tische. Warte, 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 warte. Wenn der Hut rein kommt, dann sollte man es einfach machen.